Frisch geduscht im Camper, wunderbar! Ich habe heute einen kleinen Trick für dich. Ihr kennt alle den Duschvorhang, finde ich ekelhaft. Ich denke ihn genau andersrum, denn ich habe einen kleinen Schrank bei mir im Badezimmer. Hier habe ich immer wieder einen Spalt, wo ein bisschen Wasser durchspritzt, wenn ich dusche. Und deswegen habe ich mir einen Duschvorhang gekauft und habe dort Magneten eingeklebt, weil ich nähen nicht kann und habe mir ein Magnetband über diesen Schrank geklebt. Und so kann ich immer, wenn ich dusche, einfach nur den Schrank vor Wasser schützen und der hat dann seinen eigenen Duschvorhang. Ansonsten ist in meinem Badezimmer alles fürs Wasser perfekt vorbereitet. Weiter hinaus habe ich noch eine Folierung in meinem Badezimmer, die dir zusätzlich helfen kann, deinen Möbelbau vor Wasser zu schützen. Jetzt gilt es nur noch, das Badezimmer trocken zu kriegen. Mit einem Mikrofasertuch wische ich einmal über die Wand und winde das Ganze dann im Waschbecken aus, dass es in den Abwassertank hineinfließt. Heizung drehe ich auf, mache das Fenster einen Spalt auf im Badezimmer und zusätzlich lasse ich den Max-Fan in meinem Fahrzeug richtig schön Luft rauspusten. Damit ist mein Badezimmer im Nu wieder trocken. Und jetzt wünsche ich dir immer sauberes Kempten.